Sie schaute Hackel an, musterte seine blauen Augen, in denen stets so ein amüsierter Ausdruck lag, und den breiten, freigiebigen Mund, der immer für ein Lächeln bereit war. Jetzt lächelte Hackel aber nicht. Polly griff nach seiner Hand. Meinst du wirklich, dass wir dazu schon bereit sind? fragte sie. Nein, entgegnete Hackel. Wahrscheinlich wirst du die kleinen Kerlchen mit nichts als Kuchen füttern, sodass sie ganz fett und knurrig werden wie Celeste. Oh, machte Polly. Er strich ihr über die Wange. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass je irgendjemand so richtig dazu bereit ist. So läuft das einfach nicht. Polly schluckte all ihre Ängste und ihre Unentschlossenheit hinunter. Schließlich sollte sie begeistert sein, oder etwa nicht? Der Mann, mit dem sie verlobt war und den sie von ganzem Herzen liebte, hatte ihr gerade vorgeschlagen, gemeinsam ein Kind zu bekommen. Lass es dir einfach mal durch den Kopf gehen, bat Hackel, weil ihm Polly's Anspannung natürlich nicht entging, und er wollte sie ja wirklich nicht drängen. Okay, murmelte Polly. Gut, danke. Unbeholfen schaute sie zu ihm hoch. Dann können wir ja jetzt vielleicht nach oben gehen? Hackel schüttelte den Kopf. Ich hoffe, damit willst du dich nicht vor der Ortsversammlung drücken. Erwischt, rief Polly, obwohl sie in Wirklichkeit nur auf einen Themenwechsel gehofft hatte. Ich dachte, wenn ich dich jetzt mit nach oben nehme und schlimme Sachen mit dir anstelle, dann jagst du mich heute nicht mehr raus in die Kälte. Denn ich habe nicht vor, nochmal vor die Tür zu gehen, das habe ich dir doch gesagt. Wenn ich erst einmal meine Winterruhe angetreten habe, dann war's das. Im Sommer können wir gerne am Strand entlang spazieren und draußen essen und das Paradies genießen. Aber im Winter werde ich 25 Kilo zunehmen, meine 60 Daniel Strumpfhose nicht mehr ausziehen und mir wahrscheinlich auch die Beine nicht mehr rasieren. Damit musst du eben klarkommen. Das tue ich nur zu gerne und dich, kleine Lady, nehme ich mir später noch in aller Ruhe vor, aber nach der Versammlung. Nein! Jetzt zieh schon deinen Mantel an. Aber der ist doch ganz nass. Ich lade dich nachher auch auf ein paar Pommes ein. Das ist mir ganz egal. Nun komm schon. Wenn du dich weigerst, schicke ich nachher Samantha hier vorbei, damit sie dich persönlich in ihr Komitee aufnimmt. Ich kann einfach nicht fassen, dass ich mein ganzes Leben mit so einem bösen, bösen Mann verbringen soll. Hackel grinste. Das sind doch nur meine innere Antriebskraft und Entschlossenheit. Und jetzt setz mal deinen Hintern in Bewegung.